Soweit ich weiß, habe ich ihn erlöst. Was sagen die Köpfe wieder? Unser Herausforderer kehrt zurück für die dritte Prüfung des Übergangs-Ritus. Dieser Kampf ist inspiriert von der Vergangenheit des Herausforderers, dem Erschlagen von Meerwald, dem Wahnsinnigen, der Wache von Cat Noir. Der Wächter hat Meerwald-Szene für ihn gezeichnet und Cat Noir gebunden. Dieser Spiritsch, der lange brennt für Vengeance, wird jetzt seinen Moment haben. Äh, ich habe ihn freigelassen. Der Wächter hat Meerwald-Szene für ihn gezeichnet und Cat Noir gebunden. Dieser Kreis brennt schon lange auf Wache und jetzt könnte sich ihm endlich eine passende Gelegenheit bieten. Unsere Herausforderer hat sich schon gefährlicheren Feinden gestellt, aber nur wenige waren selbst im Tod noch so furchterregend. Meerwald-Szene ist ein Schicksal, wie er es auf unserem Herausforderer unvermeidlich erwartet. Ja, weil wir auch ein Wächter sind und irgendwann unsere ganzen Erinnerungen hochkommen, wir wahnsinnig werden und uns den Kopf an der Wand einschlagen. Der Zauberer war ein böses rum für das, was uns erwartet. Werde ich jetzt zeugen, wie der Wächter sich mit einem unvergleichlichen Feind misst, seinem Anfang und seinem Ende. Oh. Das weckt unschöne Erinnerungen. Ja, Seelenspiegel, Seelenspiegel, Albtraumschatten, Albtraumschatten und Meerwald. Ja, ja. Hi. Oh, das kann ich nicht auf die, doch kann ich auf die Geister anwenden, gut. Äh, Xorti, Buffen. Leck. Das ist nicht so gut, dass Seraphil jetzt da unten steht, wie auch immer er da hingekommen ist. Das ist nicht so gut, aber trotzdem, Äh. Das ist nicht so gut. So, erst mal muss mehr Volt weg. So, erst mal geht's. Was für, Kat? Right on, Jotty! About taxed my limit. Can't move. I take a nap right here. That must have hurt. Everything hurts, Savvy. Ne, das lief wohl nicht so gut. Jetzt sollte ich mich doch erstmal auf unsere Doppelgänger konzentrieren. Vielleicht gehen die schneller drauf. Ich könnte sie auf jeden Fall mit einem spitzen Feuerball erstmal begrüßen. Ich würde mich nicht so gut anben, haben wir ihn schon mal gesagt. Ich gebe mich jetzt mal an. Ich werde dich zuerst von den Waffenbewerben. Ich werde dich nicht so gut anben. Ich werde dich anben, aber nicht so gut anben. Ich werde dich anben. So, Olof. Äh, Feuerball. Alle bitte sichtbar werden. Ähm. So, die Buffen. Fenrir-Baffen. Du, erst mal reinrennen. Du, Bogen. Äh, ne, Bogen, bitte. Und Seraphine. Versuch irgendwas zu übernehmen. Du, hau mal das Herz hier raus. Wow, du kriegst ganz schön auf die Fresse. Ach, mehr weit ist ja hier unten jetzt. Das ist nicht so gut. Au. Au. Okay. Fenrir beleben. Xorti beleben. Konstantin wieder. Oh, Meerwart hat einen Fatum beschworen. Auch nicht so gut. Ich bin fast tot. Ah, nicht so gut. Xorti ist leider unbeweglich. Hm. 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 Ich könnte mit einem Meteoritensturm eröffnen. Das macht viel mehr Damage. Wahrscheinlich als der Feuerball. Da sollte ich hier erst Zeug beschwören. Und dann. Hold on. Are you sure this is right? How may I indeed? Nö, eigentlich ist es nicht richtig. Hm. Nein, man sieht ihn schon. Oh Gott. Das ist nicht gut. Ich hätte auch den Spätzchen den Feuerball nehmen sollen. Ah, Ulu Sen. Ah, ja. Xorti, die Beschwörung bitte. Ah, Ulu Sen. Direkt auf Meerwald gehen war aber, glaube ich, dann doch die bessere Variante, habe ich irgendwie gerade das Gefühl. Das ist nicht gut. Versuchen wir es mal hier rum. 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 Ah, Meerwald muss weg. Ganz dringend. Was hätte ich denn noch für Meerwald? Das da. Okay, Xorti da in den Nachkampf zu schicken war keine gute Idee. Wo ist eigentlich unsere Konstantin gerade? Ach, da vorne. Ich nehme an... Der hat eine zu hohe Willenskraft, als dass ich ihn kontrollieren könnte. Ja, der wirft es einfach auf mich zurück. Das ist nicht so schön. Hm. Aber ja, das ist glaube ich gerade so die richtige Entscheidung, das so ungefähr zu machen. Ich sollte nur nicht im Nahkampf mit Meerwald gehen. Ich sollte mich im Nahkampf mehr auf die beiden Geister-Phantome-Dinger fokussieren. Ich sollte mich im Nahkampf mehr auf die beiden Geister-Phantome-Dinger fokussieren. Ich sollte mich im Nahkampf mehr auf die beiden Geister-Phantome-Dinger fokussieren. Ich sollte mich im Nahkampf mehr auf die beiden Geister-Phantome-Dinger fokussieren.